Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu unserem kleinen Mini-Projekt hier. Heute geht es um Interfaces. Interfaces sind noch eine Stufe abstrakter als abstrakte Klassen. Und ja, das geht. Und haben einen interessanten Nutzen, den wir uns auch nächstes Mal noch angucken wollen. Genauer. Ihr könnt nämlich mit Interfaces Mehrfachvererbung durchführen. Das könnt ihr mit abstrakten Klassen und mit normalen Klassen nicht tun. Warum, werden wir uns auch nächstes Mal damit beschäftigen. Heute sage ich nur, dass das geht. So, zunächst einmal wollen wir uns ein Interface schreiben. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir haben ein Interface. Interface, ähm, und zwar nennen wir das einfach Wi-Fi. Dieses Interface bedeutet für uns sozusagen, ein Objekt hat Wi-Fi auf jeden Fall. Und mit Wi-Fi kann man sich natürlich dann verbinden. Das heißt, wir sagen hier Status, ähm, ist eine Variable in diesem Fall sogar, weil wir können uns ja verbinden oder auch wieder entbinden. Status, beziehungsweise connected, vielleicht eher connected, vom Typ boolean ist gleich, äh, ist gar nichts erstmal. Und dann haben wir noch ein Value vom Typ, ähm, den nennen wir erstmal, wie nennen wir den denn, ähm, cardName, vom Typ String, okay. So, und was, was jetzt unser Interface, ah genau, dann können wir hier noch eine Funktion reinschreiben, die nennen wir, ähm, connect. Ups, connect, ja. So, und was wir jetzt hier drin haben ist, ähm, wir schreiben einfach mal Printline, beep, öö, bo, beep, whatever. Irgendwie sowas. Ähm, ihr kennt noch dieses alte Modem-Geräusch. So, genau. Was wir jetzt hier drin haben, ist ein Interface. Und den ersten wird hier schon vielleicht auffallen, was Kotlin anders macht als andere Sprachen. Man kann in einem Interface in Kotlin durchaus auch Code in die Funktionen reinschreiben. Das geht. Was ich nicht machen kann in Interfaces ist folgendes. Ich kann hier keine Werte reinweisen. Ich kann nicht sagen, das Ding ist direkt true. Und ich kann nicht sagen, dass das, äh, dass die Karte hier direkt, ähm, keine Ahnung, äh, meine Wi-Fi-Karte ist. Also ich, ich kenne keinen Betreiber hier gerade und ich will auch keine Schleichwerbung machen. Ähm, genau. Also hier, das ist einfach nicht erlaubt. Ihr könnt Werte nicht schon zuweisen für ein Interface. Interfaces sind stateless. So heißt das Ganze. Sie haben keinen Zustand. Sprich, sie können keine Variablen speichern. Das heißt, sie können aber auch nicht initialisiert werden. Ihr habt keinen Konstruktor in Interfaces. Also ihr könnt überhaupt keinen Konstruktor angeben. Das geht einfach nicht. Und ihr könnt hier auch, wie gesagt, nichts zuweisen. Ihr könnt auch kein Interface initialisieren. Das heißt, ihr könnt jetzt hier unten nicht hinschreiben, ähm, war, my Wi-Fi ist gleich, äh, vom Typ Wi-Fi, ist gleich Wi-Fi. Das geht nicht. Denn ihr könnt Interfaces, oh ja, das sollte ich vielleicht gleich schreiben. Eigentlich sollte ich generell alles, äh, doch stimmt, das ist richtig. Ähm, das hier, ja, genau, ist okay. Ähm, ihr könnt keine Interfaces, äh, jetzt weiß ich, wo der Fehler liegt. Ihr könnt keine Interfaces, äh, instantiieren. Das geht nicht. Genauso wenig wie bei abstrakten Klassen. Bei Interfaces macht das sogar noch mehr Sinn. Ähm, bei abstrakten Klassen weiß man einfach nicht, wie diese Turn-on-Funktion zum Beispiel aussieht. Bei Interfaces weiß ich sogar nicht mal, was diese Variablen hier sind. Deswegen habe ich gemeint, sie sind noch ein kleines bisschen abstrakter als davor, ja. Ihr könnt aber auch in Interfaces abstrakte Funktionen haben. Das geht. Ähm, dann müsst ihr natürlich hier das hier wieder rausmachen. Und das ist eigentlich auch der Standard. Normalerweise hat man in Interfaces nicht unbedingt eine Implementierung für diese, ähm, Funktion. Aber es ist natürlich möglich. Ähm, ich schreibe hier mal noch eine Funktion rein, damit ihr wisst, dass das alles möglich ist. Print, ähm, dann wollen wir hier eigentlich nur die, äh, den Zustand ausgeben. Printline. Connected. Fragezeichen. Und dann sagen wir hier Connected. So, und ja, das ist im Endeffekt jetzt unser kompletter Zustand hier. Beziehungsweise der Zustand, den wir im Interface nicht haben können. Jetzt, wie können wir das Interface verwenden? Nun, jede abstrakte Klasse kann von einem Interface erben. Jede Klasse kann von einem Interface erben. Und jeder Desktop, äh, jede Klasse im Endeffekt kann auch von einem Interface erben. Die tolle Sache hier ist, dass ihr von mehr als nur einem Interface erben könnt. Ihr könnt immer nur von einer Klasse erben, egal ob sie abstrakt ist oder nicht. Ihr könnt immer nur von genau einer erben, während ihr von so vielen Interfaces, wie ihr wollt, erben könnt. Das ist alles überhaupt kein Problem. Also, ihr könnt hunderte Interfaces auf einer einzigen Klasse erben, äh, drauf haben. Das ist kein Problem. Und davon erben tut ihr, indem ihr hier einfach ein Komma hinten dran setzt und dann einfach WiFi reinschreibt. Was habe ich jetzt gerade hier genommen? Das war schon der Laptop, oder? Ja, dann macht das sogar einigermaßen Sinn. So, also ich erbe jetzt offensichtlich auch von WiFi. Und ich kann, wie gesagt, so viele Interfaces hier reinschreiben, wie ich möchte. Ihr könnt gerne mal als Übung noch ein paar Interfaces hier reinpacken. Und euch überlegen, was wäre vielleicht noch sinnvoll als kleine Vererbung. So, jetzt steht hier allerdings Class Laptop. Ich lese das mal vor, weil es so klein ist. Class Laptop must override public open function print. Unit defined in, äh, also Unit ist der Rückgabewert. Defined in Computer because it inherits many implementations on it. Äh, of it. So, ähm, was? Ah, das ist, das ist jetzt natürlich ungünstig. Ähm, print, ich muss hier das mal eben ändern. Print connected status. Ähm, das habe, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist eigentlich das, was ich nächstes Video mit euch machen möchte. Ähm, aber gut, ihr habt nichts gesehen. So, jetzt steht hier als, äh, als Fehlermeldung. Die Klasse Laptop ist nicht abstrakt. Und deswegen muss sie alle abstrakten, ähm, Funktionen implementieren. Das heißt eben auch diese Variable connected oder eben diese, naja, diese Funktion, äh, beziehungsweise erstmal die Variable connected hier, dann die Funktion, halt dies implementiert, die Funktion connect muss implementiert werden. Und die Variable card name muss natürlich auch implementiert werden. So. Okay, das heißt, ich schreibe hier rein, override value, was, was? Value card name und Variable connected. Also, value card name, ach, komm schon. Vom Typ string ist gleich, da setze ich jetzt, also, klar, man kann es natürlich über den Konstruktor machen. Langsam wird es aber unübersichtlich. Deswegen lasse ich das jetzt hier mal, ähm, das heißt, meine card name ist einfach Wi-Fi. Und override variable connected vom Typ boolean, das ist gleich false, ganz am Anfang zumindest. Und jetzt können wir natürlich hier uns connecten. Das sehen wir hier auch, wenn wir über diese Klasse nochmal drüber hauern. Jetzt steht hier dabei, wir müssen die Funktion connect, die eine Unit zurückliefert, die find in Wi-Fi, müssen wir implementieren. Weil eben Laptop nicht abstrakt ist. Also, wir werden hier quasi wieder dazu gezwungen. Und, ähm, das ist schade, dass das nicht direkt vorgeschlagen wird. Das heißt, wir müssen hier, da finde ich Eclipse ein bisschen schlecht, muss ich sagen gerade. Okay, also normalerweise würde mir jetzt hier direkt so eine Funktion generiert werden, wenn, wenn das gut laufen würde. Vielleicht kommt das noch irgendwann bald mal. Weil, ich meine, Kotlin ist ja jetzt noch nicht so alt. Genau, und dann sagen wir hier connect. Oder was war's? Genau, connect müssen wir, müssen wir implementieren. So, und dann sagen wir hier, okay, wie wollen wir das denn haben? Naja, wir sagen einfach nur connected ist gleich true. Okay? Und das ist im Endeffekt die Implementierung unserer Funktion. So, was hat das jetzt für einen Vorteil, dass ich hier ein Interface verwendet habe? Nun, nicht jedes Gerät, das ein, das Wi-Fi hat, muss gleichzeitig ein Computer sein. Gehen wir einfach mal her und sagen, wir haben eine Klasse, ähm, Smart, Smart Sensor oder sowas, ja. Der muss ja auch irgendwie verbunden sein. Ist aber kein vollwertiger Computer. Das ist eigentlich kein richtiger Computer. Der hat nur Wi-Fi und der sendet einfach direkt die Daten dahin. Das ist, das definieren wir nicht als Computer, denn er hat ja offensichtlich hier keine Grafikkarte. Er hat keinen Arbeitsspeicher. Er hat vielleicht einen Mini-CPU oder sowas. Alles andere ist auf der CPU drauf. Das heißt, er hat eigentlich keinen eigenen Arbeitsspeicher. Das heißt, er ist offensichtlich auch kein richtiger, ähm, Computer. Aber, er hat durchaus Wi-Fi. Also, ist es kein Computer, aber er hat Wi-Fi. Und jetzt steht hier dabei, ja gut. Gut, dann musst du aber hier das alles implementieren. Und das machen wir doch direkt mal. Ähm, so, und er sagt jetzt hier, wir müssen das alles überschreiben. Override, override, override. So, und das ist jeweils, also, connected ist einfach instant true, ja. Der muss sich nicht connecten, der ist schon connected. Card name ist gleich, äh, billet, cheap, Wi-Fi 1000. Und die Funktion connect, naja, die sieht einfach so aus, return. Ja, die macht nichts. Weil er ist ja schon connected. Instant, sofort, immer. Das ist ein sehr smarter Sensor, wie ihr merkt. Okay, und was wir jetzt haben ist, wir haben hier ein, etwas, das Wi-Fi hat. Etwas, das Wi-Fi und Computer ist. Also, Wi-Fi hat und Computer ist. Und gleichzeitig noch etwas, das, äh, einfach nur ein Computer ist. Und was wir jetzt machen können ist hier, wir können dieses Wi-Fi zwar nicht instantiieren, wir können jetzt aber noch einen Smart Sensor bauen. ähm, mySensor vom Typ Smart Sensor ist gleich Smart Sensor, Smart Sensor mit gar keinen Werten. Ähm, weil wir ja nichts brauchen. Und was wir jetzt machen können ist, wir können auch den Laptop und den Sensor wieder zum Beispiel in ein Array stecken. Also, war, ähm, my Wi-Fi Devices vom Typ Array Wi-Fi. Und ja, das geht, obwohl das ein abstraktes, ein Interface ist. Aber wir wissen dann quasi, okay, in diesem Array drin sind nur Geräte, die wirklich auch Wi-Fi haben. Das heißt, ich kann da drauf zum Beispiel die Connect-Funktion ausführen, ja. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich füge meinen Laptop hinzu. Und ich füge meinen Smart, ähm, mySensor hinzu. mySensor. Und jetzt gehe ich natürlich hier wieder drüber mit einer Vorschleife, 4i in myWiFiDevices. Devices. Ähm. Genau, wir connecten einfach genau jedes Device. i.connect. So. Okay. Und damit habe ich quasi jedes Wi-Fi Device connected. Mein Desktop kann ich nicht hinzufügen, denn der hat ja nicht unbedingt Wi-Fi. Der hat ja kein Wi-Fi direkt eingebaut, meistens zumindest, ja. Und deswegen kann ich den hier nicht hinzufügen, weil der passt vom Typ nicht. Warum kann ich den jetzt nicht einfach hier trotzdem hinzufügen? Nun ja. Nehmen wir mal an, ich würde hier diese Connect-Funktion aufrufen auf jedem Laptop, jedem Sensor und jedem Desktop. Ich weiß, dass alles, was Wi-Fi, was dieses Interface Wi-Fi implementiert, dass das auch wirklich diese Connect-Funktion hat. Das heißt, ich weiß, Laptop und mySensor, ähm, das ist ja beides mit Wi-Fi drin. Das füge ich hier quasi in das Array Wi-Fi ein. Das heißt, ich kann auch auf beiden i.connect aufrufen. Bei Desktop geht das nicht. Deswegen schmeißt mir hier schon direkt der Compiler einen Fehler, weil eben Desktop kein Wi-Fi implementiert, also dieses Interface nicht bei sich drin hat, okay? Und, ähm, ja, deswegen kann ich den hier nicht reinstecken. Also kann ich das so nicht ausgeben. Und das ist super praktisch. So kann ich nämlich hier direkt die Ordnung behalten und ich kann sagen, okay, ich habe eine Liste von Wi-Fi-Geräten. Kein Problem, ich verbinde die einfach alle. Und das ist super, super hilfreich, wenn ihr mal wirklich komplexen Code schreiben wollt. Denn so könnt ihr direkt sehen, okay, das ist quasi eine Klasse oder das sind alles Klassen, die können das, das, das und das, weil sie eben diese Interfaces bei sich drin haben. Ja, ihr seht, das Ganze wird komplexer. Ähm, ihr seht, ihr habt viel mehr Möglichkeiten. Eure Möglichkeiten sind quasi endlos. Ähm, im Endeffekt könnt ihr mit Kotlin alles schreiben, ja. Also das müsst ihr immer im Kopf behalten. Ihr könnt ein komplettes Betriebssystem schreiben. Ihr könnt eine Web-Anwendung schreiben. Ihr könnt einen eigenen Browser schreiben, ja. Bedenkt das einfach mal. Da müssen eure Möglichkeiten natürlich gigantisch sein. Im Endeffekt, Chrome kann man auch mit Kotlin schreiben, wenn man das möchte. Genau. Und ja, das war es erstmal wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.